Vama-Hasta-Chattus-Kronasana ist die Viereckshaltung in der linken Hand. Raffaela zeigt, wie es geht. Beuge das rechte Knie und gib die Faser an die Außenseite des Gesäßes. Beuge dann das linke Knie und gib den linken Fuß in die linke Ellbeuge. Gib den rechten Arm hinter den Kopf und falte deine Hände. Das ist Vama-Chattus-Kronasana, eine schöne Stellung für die Flexibilität der Hüfte, eine gute Übung für die Lotus-Flexibilität, eine Vorübung für Yoga-Nidrasana und eine schöne Übung als Massage für die tiefen Bauchorgane.